Hallo und herzlich willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's World. Ach, siehste, ich weiß zwar nicht, wo ich die Punkte mal kriege, anscheinend. Sind das die verschiedenen Landschaften, die es gibt? Die speichere ich mal lieber so. Ich habe da oben eine Truhe gesehen. Warum ist die jetzt weg? Oh, der ist hier. Oh, okay, cool. Es ist Freddy, wir haben. Okay, das ist mal eine andere Stats, das mal. Ich hoffe, ich krieg den anderen auch nochmal wieder. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, wie stark. Ja! Jetzt habe ich den. Ja, wie cool ist das denn? So. Aha. Unscrew, okay. Tja, das konnte er auch. Unscrew 2 ist natürlich besser. Ja, komm, tschüss. Hallo! Cool. Lauf! Lauf! Irgendwo! Da ist Platz, siehst du? So dick bist du auch nicht. Warum kommst du da nicht durch? Na, dann halt nicht. Dann laufen wir jetzt unten längs. Ist auch nicht so richtig, dass da so ein komischer Bär steht. Okay. Äh? Gut, aber ich hole einen Schlüssel. Hey, was kann ich kaufen? Oh, ich hab nicht genug. Ich will so einen haben. Hm. Okay, ich komm nochmal, Digga. So, da ist jetzt auch der Bär. Nein, da ist der Bär noch nicht. Hallo Bär. Die Subtunnel muss auf der Bär. Die Subtunnel muss auf der Bär. However, es sieht aus wie etwas ist, dass etwas blockiert ist. Ich bin sicher, dass es nichts du kannst. Ich bin sicher, dass es nichts du kannst. Ich muss noch etwas sagen. Ich bin sicher, wenn du ein Glitcht Objekt in die Subtunnel bist. ist es möglich, dass du noch ein Glitcht Objekt in die Subtunnel findest. Das wird dich in die Subtunnel beinhalb der Subtunnel. Es gibt noch mehr Glitcht Objekte. Also ich glaub, ich find schon den Weg nach einem Glitch nicht mehr. Äh. Aber ich möchte so einen Reaper haben. Ich sammle nochmal für 100 Bytes, wenn die hier irgendwo sind. 100 Bytes möchte ich jetzt haben. Und er fehlen nur noch 18. Okay? Ich möchte gern 100 Bytes. Das Beste. Das sieht doch gut aus. Ja. Super. Dann kaufe ich mir doch einen Bruch. Ja. 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 Ta. Okay. Okay, da ist Chica wieder. Das ist gut. Weil letztes Mal hat es nicht geklappt, aber jetzt kriege ich zu viel. Das ist gut. Nein. Instant tot. Oh nein. Okay. Ich habe aber auch Unscrew. Das habe ich jetzt. So. Ich habe Unscrew. Und es waren sogar zwei. So, stirbt. Was jetzt nur? Ha! Hat doch geklappt. So. Von wegen Nope. Aha. Cool. Hm. Ich glaube, Mange, das tut mir leid. Aber ich probiere mal Chica. Okay. Cool. Okay. Cool. Okay. Cool. Okay. Cool. Okay. Cool. Okay. Cool. Okay. Holy shit. Ah, jetzt komme ich da wieder nicht durch. Wo war ich denn? Bin da. Da wenn ich hinkomme. Oh, ich habe auch eine Map. Okay. Okay, da gibt es noch viel zu sehen. Ich muss auch noch mal in die Höhe da reingehen. Äh, okay. Warum komme ich durch einzelne Fische durch, aber durch die... Okay, okay. Ich glaube, ich versuche das noch mal da unten. Oh Gott, was da denn passiert? Ich wollte das noch mal da in der Höhle probieren. Und irgendwo müssen noch seine Glitch-Dinger warten. Und vielleicht... Moment. Moment. Ich gehe noch mal zurück. Okay. Vielleicht kann ich auch was kaufen. Ah, 100... Okay. Nein. So färbe ich denn doch nicht. Ja, mit dem Angeln. Da legst du mich nicht noch mal mit rein. Das habe ich schon probiert. Das war mir zu drüben. Dann gehe ich da so rein. Muss funktionieren. Dann gehe ich da so rein. Okay. Oh, okay. Ah, nicht. Ich bin drauf. Das ist das. Ich bin drauf. Das ist das. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Ich bin drauf. Okay, vielleicht kommt es auf. Oh, okay. Hä? Oh Gott, ich glaube, wir kommen doch weg. Okay. Vielleicht ist das einfach alles gerade so ein bisschen zu viel. Du sollst auseinanderfallen. Na, geht auf. Oh, so viele Topons. Okay. Hallo, Phantom Mangle. Ich möchte aber die Tokens von gerade eben behalten, ja? Also könntest du bitte das nicht schaffen? Ja? Für die Mädchen? Ey, so wollte ich das. Genau. Dankeschön. Oh, okay. Okay. So, we're just flying. Okay, wir werden das mal so. Ich möchte Mangle ausprobieren. Aber hier geht es nicht weiter. Ja, ich möchte Mangle ausprobieren. Ich habe einen Pizzai. Ich habe einen Pizzai. Das ist ein Pizzai. Okay. Okay. Oh Gott, das war jetzt nicht so. Okay. Cool. Ich glaube, dann mache ich hier nächstes Mal weiter. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.